Was bedeutet Mut zur Veränderung? Was bedeutet das? Mut zur Veränderung bedeutet, dass man das, was man bisher immer getan hat, ändert. Sagt es ja schon. Aber stattdessen höre ich an allen Ecken und Enden, wie die Menschen sich weiter aufregen über dieses Politiksystem. Was sie ja auch eifrig noch unterstützen, indem sie wählen gehen. So, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo jedem klar sein sollte, jeder, der noch wählen geht, weil er eben noch an das System glaubt und es weiterhin dadurch produziert, jeder, der wählen geht, unterstützt Krieg. Also jeder, der sich aufregt, der vorher aber wählen gegangen ist, der regt sich eigentlich gerade über sich selbst auf. Weil er eben genau das getan hat, was der Kopf wollte und nicht, was das Herz wollte. Es ist ja auch einfach, sich ständig über irgendwas aufzuregen, anstatt den Mut zu haben, etwas zu verändern. Und wie kann man das, worüber man sich aufregt, verändern? Oder lösen, indem man was verändert, ja? Da muss man Mut haben, mutig sein. Mutig sein bedeutet nicht, dass man innerhalb der Gesellschaft sagt, was alle anderen hören wollen. Das ist nicht mutig sein. Oder sich weiterhin über alles aufregt, dann hat man sich noch nicht erkannt. Weil ändern kann man das nur, wenn man sich selbst ändert. So wie innen, so außen. Wenn du in dir selber nichts änderst und wenn du in dir nicht erkennst, wo du dich überall selbst belügst, dann geht das ganze Spiel halt weiter. Oh ja, da bist du halt irgendwann krank. Ja, da brauchst du aber dann auch nicht mehr meckern. Nein, weil du bist doch selber, du hast durch deinen freien Willen das Ganze produziert. Dessen muss man sich mal bewusst sein. Und nicht immer anderen die Schuld geben. Weil man ist hier selber Drehbuchschreiber. Man muss halt auch mal schauen, was man da so für ein Drehbuch schreibt. Und ob man das weiter so haben möchte. Oder ob man dann doch mal schaut, dass man das Drehbuch mal verändert. Dann darf man sich die Frage stellen, wie macht man das? Und diese Antwort, die kriegst du auch ganz schnell, wie man das macht. Aber dazu musst du den Willen haben, es zu tun. Dann kommen die Antworten von ganz alleine. Also anstatt sich über alles aufzuregen. Also es gibt Menschen, die sind schon ziemlich lange bei uns. Die regen sich immer noch über dieses System auf, weil sie einfach sich nicht erkannt haben. Weil sie einfach nicht mutig genug sind, den Schritt weiter zu sich selbst zu gehen. Sie haben Angst vor sich selbst. Ja, aber dann über alles schimpfen, was da draußen zu sehen ist, bringt es ja jetzt auch nicht. Weil ihr seid doch dafür verantwortlich. Jeder, der weiter meckert und nicht bei sich guckt und immer nur sagt, wie schlimm alles ist. Und wir müssen doch die Menschen aufklären und die Menschen machen dies und jenes nicht. Genau die, die bei sich selber nicht schauen wollen, die regen sich über andere Menschen jedes Mal auf, was die nicht tun. Dabei ist es eigentlich nur ein Zeichen für sie selbst, dass sie selbst nichts tun und weiter auf der Stelle treten. Also ist jeder, der nur am Meckern ist über das System, selbst derjenige, der es aufrecht hält. Klar, es ist ja auch einfach, anderen die Schuld zu geben, anstatt mal bei sich selbst zu schauen. Oder überhaupt so weit zu denken, dass das alles was mit einem selbst zu tun haben könnte. Man muss nur ein paar Tests machen, man kann sich selbst mal beobachten. Sehr ratsam. Und dann kann man selber sehen, was aus einem selbst alles im Außen resultiert. Und gerade jetzt bekommen die Menschen sehr viele Schockmomente, damit sie eben mal genauer in sich hineinfühlen. Und sich mal fragen, warum bekommen sie das? Aber dann muss man auch über den Tellerrand mal hinausschauen, weil sonst versteht man nicht, warum man das alles bekommt. Das heißt ja nicht umsonst, so wie es in den Wald reinruft, so schallt es wieder zurück. Die Liebe ist unsterblich. Und du bist es auch, wenn du im Herzen bist und nur nach Impulsen lebst und deinen Kopf komplett außen vor gelassen hast dann. Und nur wer aus dem Herzen handelt, der ist mutig. Der ist sowas von mutig und stark. Und der schafft das auch. Der wird sich erkennen, weil er den Drang, den Willen dazu hat, zur Veränderung. Ja, und die Menschen, die sich weiter aufregen, die werden immer mehr merken, dass sie sich immer mehr aufregen. Und dass alles schief läuft. Aber das ist eigentlich nur ein Zeichen für euch, dass ihr mal jetzt genauer hinschauen sollt. Oder wollt ihr ewig so weitermachen? Wollt ihr ewig nach irgendwelchen Göttern, die sich über uns erhoben haben, leben und agieren? Euch dann wieder klein halten und sagen, ach, es ist ja alles gar nicht so schlimm. Auf der anderen Seite dann doch wieder sich aufregen. Und das Ganze dann wieder pushen. Ja, oder fangt ihr endlich mal an, aus eurem Schneckenhaus rauszukommen. Schneckenhaus im Sinne, dass ihr mal ganz tief schaut, was um das Schneckenhaus eigentlich drumherum ist. Also eigentlich geht es hier um euer Herz. Das möchte nämlich wahrgenommen werden. Weil wenn ihr nicht nach eurem Herzen handelt, dann bekommt ihr das, was ihr gar nicht wollt. Das sieht man ja. Oder ihr müsst euch nur deutlich klar werden, dass ihr die ganze Zeit nicht nach eurem Herzen gehandelt habt, sondern nach dem Kopf. Da dreht man sich im Kreis. Das ist klar. Das ist eine Spirale. Oder was sagst du dazu, Schatz? Da wir ja aus eigener Erfahrung sprechen, wenn ich jetzt zurückdenke, sagen wir mal so zwei Jahre zurück, was wir oder ich hier alles angeprangert habe in Telegram. Und das findest du hier schon lange, lange, lange nicht mehr. Warum? Weil ich dem keine Energie mehr gebe. Ja, das habe ich ja schon so oft gesagt. Da, wo deine Energie hinfließt, das muss ja bestehen bleiben. Muss. Weil du ja da Interesse dran hast. Wenn die Interesse abgezogen wird, vergeht das ganz, ganz langsam. Und du erkennst, oh, ich habe ja hier doch ein gewaltiges Wörtchen mitzureden. Beziehungsweise zu fühlen. Und dann möchte ich aber auch nur noch das fühlen, was mein Herz mir zeigt. Und das ist manchmal sehr ungewöhnlich. Und du hast von Mut gesprochen. Mut zur Veränderung. Sehr viele sagen seit Jahren, dass sie in der Liebe sind, sind es aber nicht. Und wir erkennen das ja direkt. Und dann sagen wir das. Und dann kommt natürlich entweder Ausrede aus dem Ego oder etwas Beleidigendes. Also immer was aus dem Ego. Ja. Das fühlt sich ja gleich angegriffen, das ist klar. Obwohl wir ihnen nur zeigen wollen, wo sie nochmal hinschauen dürfen, weil sie wahrscheinlich dafür keinen Spiegel haben. Also die haben schon einen Spiegel im Außen, wenn sie ihn wahrnehmen. Man muss sich nur selbst beobachten. Man muss nur schauen, rege ich mich über dies und jenes auf, dann weiß man, man ist eben nicht in der Liebe. Genau. Ja. In der Liebe sein bedeutet, dass du dauerhaft auf dein Herz hörst. Das heißt, dass du nur von den Impulsen lebst. Du hörst nicht, du reimst dir im Kopf nicht irgendwas zusammen. Du denkst nicht über irgendwas nach. Nein, aus dem Herzen bedeutet, dass du die Impulse, die da kommen und die sind einfach so da, dass du die wahrnimmst und danach lebst. Mutig sein heißt ja auch schamlos sein, was wir oft sagen. Schamlos, dieses Wort ist ja auch bei vielen negativ behaftet. Die benehmen sich ja schamlos. Ja, das ist aufgrund der Gesellschaft so entwickelt. Aber wenn ich doch wirklich in jedem Moment so sein möchte, wie ich wirklich bin, dann kommen Situationen, da tust du scheinbar verrückte Dinge, aber viele, die das sehen, die sagen nur, mutig, mutig. Ich war ja auch gern so. Ich sage immer, was hält dich ab? Die Meinung der anderen? Ja, das ist es. Aber eigentlich möchten sie ja so sein wie du, wenn du es tust. Und das betrifft vor allem immer noch innerhalb der Familie, sich nicht zurückhalten, sich nicht beugen, sich nicht dem Frieden willen so geben, wie man gerne gesehen werden möchte. Weil dann ist man nicht ehrlich zu sich selbst. Ehrlichkeit zu sich selbst hat so viele Aspekte, aber die fangen in dir drin an, dieses zu leben, was du auch früher gerne getan hast, was du heute nicht mehr tust. Was heißt denn frei sein, frei leben? Heißt, dass du nicht auf irgendwas, was von der Gesellschaft gewollt ist, lebst, sondern das, was du willst aus deinem Herzen, dass du das lebst. Und nicht nach irgendeinem Konzept, weil die ganzen Menschen, die sind ja selber unglücklich. Sie sind einfach unglücklich und treten auf der Stelle, weil sie sich an das halten, was alle anderen sagen. Ja, solange sie das machen, sind sie gefangen. Genau. Es muss nur einen geben, der mutig ist. Sinnbildlich dafür könnte man auch Jesus nennen, wobei diese Geschichte vollkommen verdreht ist. Also da ja der Aspekt, dass alles auf den Mann geworfen wurde im Sinne von, dass sich alles um den Mann dreht. Also die Geschichte ist wunderbar verdreht worden, aber selbst das findet man auch selber raus, wenn man auf sein Herz hört. Wie ich ja gerade das Bild jetzt gefunden habe in einer Kirche in Nordhausen, da hängt ein Bild, wo Jesus Lazarus vom Tod erweckt, was wohl auch nicht stimmt. Und nebendran steht Luther mit seinen Konsorten. Wie kann das sein? Das war doch erst Jahrhunderte später. Nur mal so als Denkanstoß, weil wir ja sagten, durch die Zwangskristianisierung kam die Kreuze in die Kirche. Nur mal so, für jeden, wir prangeln hier nichts an. Wir waren ja selber in dieser Story drin, bis wir merkten, da stimmt was nicht. Ja, weil wir auf Impulse gehört haben. Hätten wir nicht auf Impulse gehört, sondern auf dem Kopf, wären wir wahrscheinlich immer noch an der gleichen Stelle und würden an Gott glauben, an einen, der sich über uns alle gestellt hat. Der uns sagt, was wir zu tun haben. Der uns ja ganz genau nach Regeln vorgibt, Verbote und der ja auch nicht wirklich liebevoll ist und der einem das Lügen in die Wiege gelegt hätte. Du meinst nach dem, was da in Markus oder wo steht, Gott gab euch die Fähigkeit zu lügen? Genau. Ja. Klar. Also. Die hat jeder. Klar. Aber warum tut man es? Wenn man in der Liebe ist, im Herzen, dann, was will man denn da lügen? Man ist doch immer offen und ehrlich. Man spricht das aus, was man gerade so an Impulsen hat, ohne drüber nachzudenken, wie hört sich das für den anderen an. Nee. Mutig sein bedeutet einfach frei rauszusagen, was da gerade kommt, ohne dass man darüber nachdenkt. Da gibt es jetzt was, was ganz wichtig ist. Was du da aussprichst, kommt das wirklich von dir oder hast du das irgendwo aufgeschnappt und hast das geprüft? Oder hast du es für wahr angenommen in der Wahrheitsszene, was wo alles rumgeht? Das ist die Frage. Weißt du, was Mut ist? Unser bester Freund, einer aus meiner Jugend, hat mit Mitte 50 sich getraut, jetzt nochmal eine Rockkneipe aufzumachen. Das ist mutig. Und er hatte so eine Schiss davor und wir haben sofort gesagt, mach es. Er hat auf sein Herz gehört. Und was da passiert, wenn wir mal da sind, was da passiert, nur weil wir da sind und kommen mit den Menschen ins Gespräch. Was man allerdings noch sehr gut sehen kann, ist, diese Menschen sind in der Jugend teilweise stehen geblieben. Das heißt, die Musik, die sie in der Jugend gehört haben und die läuft dann, da gehen sie voll mit. Aber alles, was neu ist, sind sie abgeschottet, kennen sie gar nicht mehr. Das heißt, sie haben dieses Leben, was sie eigentlich geliebt haben, ersetzt durch dieses Arbeits-, Familienleben. Und das, was sie wirklich geliebt haben, haben sie vollkommen zurückgestellt. Und ich bin ja clever, ich habe ja ein Radio und lasse dann da Lieder laufen oder mache eine eigene Playlist, wo viele, viele, viele neue Bands drin sind, wo sie, oh, wer ist denn das, wer ist denn das? Und so kann ich denen diese Musik wieder nahe bringen, weil die ist wieder extrem im Kommen. Es gibt so viele Frauenbands auf einmal, die das viel besser machen wie die Männer. Wieso wohl? Ich sagte ja auch, die Gitarre hat auch eine Frau erfunden, so wie alles eigentlich eine Frau erfunden hat, ob das das Rad war, den Mechanismus für irgendwelche Motoren oder was auch immer. Wenn man da tiefer gräbt, sieht man das und die Männer haben das als ihres dann verkauft, vermarktet, was alles nichts Schlimmes ist. Viele sagen auch bei mir, bei dir kommt das Männliche zu kurz. Also ich würde ja nur die Frauen hypen und da ist ja gar kein Gleichgewicht da. Nee, du machst ja, du bist ein Vorbild. Du gehst ja voran. Ja, du stellst dich hier nicht in den Vordergrund, du stellst die heilige Weiblichkeit in den Vordergrund. Die, die ja eigentlich in der Bibel viel zu kurz kommt. Wo wir jetzt auch wieder sehen, da gibt es ja welche, die sind eigentlich identisch miteinander. Also Maria Magdalena, ich selber war ja zweimal ein Magdala, da gibt es direkt am Eingang, wo die Brücke ist, in das Minidörfchen, eine Lothereiche. Ja, aber Maria von Magdala heißt ja eigentlich Maria von Bethanien und da kommen wir der Sache schon viel, viel näher. Ja, haben wir in unseren Videos schon ganz oft angedeutet, was Bethanien ist, wo Bethanien ist. Ja, gibt es ja mein Lieblingslied von Kiss, Beth. Ja, eine schöne Ballade, eine Hommage an eine Frau, wo der Schlagzeuger singt. Ich muss noch mit den Jungs spielen, aber ich komme. Ich komme. Ja, das heißt, das, was zusammengehört, wird unweigerlich voneinander angezogen, was zueinander passt. Das heißt, du wirst sehen, wenn du in der Liebe bist, ob er oder sie das ist. Du wirst es wissen und nicht nur, naja gut, es kann ja nicht alles gut sein. Doch. Ja, in dem Moment, wenn du noch so denkst, wenn du dich noch nicht erkannt hast, dann siehst du das alles so, als wäre das dann normal. Aber du wirst sehen, wenn du im Herzen bist, ändert sich alles. Alles ändert sich, alles. Deine ganze Sichtweise ändert sich. Du machst einen inneren Polsprung. Somit ändert sich alles. Das heißt, wenn du vorher nicht in der Liebe warst, hast du jemanden angezogen, der auch nicht in der Liebe ist, weil Gleiches zieht Gleiches an. Genau. Wenn du in der Liebe bist, dann ziehst du genau das an, was du aussendest. Ja, deinen Partner, der für dich vorbestimmt ist. Und deswegen, wir können hier nicht durch die Welt irren und uns von allem Möglichen beeinflussen lassen. Wir haben selber unseren inneren Reaktor, der uns die Anweisungen gibt, wie wir hier durch dieses Spiel kommen. Aber wenn man die Anweisungen überhört und wegschaut, dann braucht man sich nicht wundern, dass man niemals zum Endgegner auf Deutsch gesagt kommt. Der ja gar kein Gegner ist. Der eigentlich das Gegenteil von Gegner ist. Dann weißt du, es gibt hier keinen Feind, auch wenn unsere Videos heißen, der Staatsfeind Nummer 1. Das mag ein blödes Wort sein. Nein, nein, es ist eigentlich schon, schau doch mal, du musst schauen, aus welcher Sicht du das betrachtest. Schaust du aus der Sicht des Egos, ist ja alles negativ. Aber aus dem Herzen ist es das Gegenteil. Und wie können wir behaupten, wie im letzten Video, was wir sehen, was wir wahrnehmen, ist es, dass noch nicht sehr viele in der Selbstliebe sind. Und wir baten ja darum, unter das letzte Video mal zu schreiben, wer in der Selbstliebe ist. Und wir können das hier rauslesen. So, das waren aber extrem wenige. Extrem wenige. So, traut man sich das nicht oder ist man es nicht? Und wenn ich es nicht bin, ist hier noch irgendwas, was ich ablehne. Was lehne ich in der Welt ab? Warum ist dieses System so? Es ist genau so, weil wir uns nur so erkennen können. Das Ding ist, wenn du was ablehnst, dann liegt das daran, dass du im Kopf bist. Also wenn du dir die Frage stellst, warum lehne ich alles ab? Dann, weil du eben im Kopf bist, weil du nach diesem System oder Konzept lebst, was einst mal vorgegeben wurde. Und wenn man überlegt, dass alles, dieses ganze kollektive Konzept, was da draußen gelebt wird, auf dem Glauben der Zwangschristianisierung beruht. Ja, auf einer Lüge von Anfang an und auf einer Vertuschung. Und da sollte man doch jetzt mal hellhörig werden, wenn man hört, seit der Zwangschristianisierung sind die Frauen verteufelt worden. Sie sind verbrannt worden. Sie durften nicht mit Kräuterchen mehr heilen und so weiter. Die haben sich natürlich dann die ganzen, also sie sagen ja Hexensprüche, haben sie sich ja alle zu Gemüte geführt, haben sie für ihre Zwecke benutzt. Und natürlich gibt es da auch Mittelchen, die jemanden zum Einschlafen bringen, wo auch mal der Puls aufhört zu pulsieren. Und somit man glaubt, dass derjenige tot ist, dieserjenige aber dann wieder nach einer gewissen Zeit wieder da ist. Also es hat hier nichts mit Auferstehung zu tun. Es hat hier alles was mit Kräutern zu tun. Das, was verboten wurde. Warum wurde es verboten? Warum wurden die Frauen verbrannt? Warum ist es heute noch so, dass die Frauen benachteiligt sind, obwohl sie den heiligen Gral innen tragen und das Leben hierher bringen? Das Tor, wir sind ein Tor. Wir sind ein Tor. Und wir wurden mit Füßen getreten. Was sagt uns das denn? Und das ist alles im Zusammenhang mit dem Christianisierungsakt entstanden. Seitdem. Weil davor war die Renaissance. Man kann es nennen, wie man will. Fakt ist, wenn man sich die Renaissance mal genauer anschaut und dann sieht, was nach der Renaissance passiert ist, im Mittelalter, was da abrupt passiert ist, dann darf man sich die Frage stellen, warum mache ich das Ganze hier noch mit? Warum glaube ich hier einem Kollektiv oder warum mache ich das, was die meisten machen? Oder scheinbar die meisten machen? Weil viele sind eigentlich schon viel weiter, als man es im Außen sehen würde, weil sie verstecken sich. Sie verstecken sich in einem Schneckenhaus und trauen sich nicht rauszukommen. Aber sie würden staunen, was passiert, wenn sie genau jetzt mutig werden. Weil du wirst belohnt für deinen Mut. Ja. Und zwar in jeglicher Form. Aber dazu musst du diese Ego-Hürde erstmal überstehen. Also übergehen. Und fürs Ego ist das ganz schwer und es tut dem Ego ganz weh. Dein Herz weiß ganz genau, es ist so einfach. Und es ist eine Leichtigkeit. Und du kannst eigentlich dich jetzt schon freuen. Da sagen ganz viele, ich lasse den ganzen Tag mein Licht scheinen. Und dann frage ich, wo? Zu Hause? Also... Wo denn jetzt? Wo bist du? Genau. Ja, da gehe ich nicht hin, die mag ich nicht. Und da... Moment. In der Liebe liebst du jeden. Jeden und alles. Und da gehst du dann hin, wo du auch früher gerne hingegangen bist, und lässt dein Licht scheinen. Und die Leute werden von dir geflasht sein. Warum? Weil du ja gar keine Antisympathie mehr gegen sie hast. Im Gegenteil. Ein Satz reicht immer, ne? Ein Satz zu sagen. Es ist so, wenn du in Liebe agierst, das ist so wie bei Kommentaren. Gerade bei dir. Wenn du in Liebe kommentierst, ist ganz selten, dass jemand daraus eine Diskussion möchte. Wie war das? Eine andere Wahrnehmung der Liebe? So etwas gibt es ja gar nicht. Es gibt nur eine Wahrnehmung der Liebe. Ganz genau. Und die ist bei allen gleich. Und die ist bei allen gleich. Und wer sagt, er ist in der Liebe, sagt aber dann auch, okay, den kann ich nicht lieben, den mag ich nicht, den mag ich nicht. Dann ist er eben nicht in der Liebe. Dann belügt er sich gerade weiter selbst. Also, da ist noch ein bisschen was an Arbeit. Oder er sagt, deine Ansicht vertritt man nicht? Oder vertrete ich nicht? Meinungen, das sind Meinungen. Das sind Meinungen. Aber das ist Kopf. Das ist nicht Herz. Weil im Herzen hat jeder die gleiche Antwort. Da gibt es keine verschiedenen Wahrheiten. Es ist ein und dieselbe. Weil die Liebe spricht nur eine Sprache. Und jemand, der sagt, es ist ja wieder Geschwurbel und Gesülze, der ist noch ganz weit weg von seiner Selbstliebe. Aber sowas von. Naja, wir sehen es ja. Ich glaube, es gibt keinen Kanal, der da so lange existiert, bei dem 6.000 Leute raus sind. 6.000 sind hier raus. Wir sind jetzt unter die 11.000. Ist doch ganz klar. Weil sie alle dem Kollektiv folgen. Ja. Und weil sie da draußen suchen. Sie suchen nach Antworten. Sie suchen, wie verhält sich das mit Trump? Wie verhält sich das mit Putin? Wie verhält sich das mit dem Krieg? Mit den Bauern. Wie verhält sich das mit den Bauern? Sie regen sich über alles auf. Okay, ein was muss man sagen. Sie haben sich doch vor kurzem gefreut, also viele, weil sie gesehen haben, dass die Bauern auf einmal zusammenhalten. Finde ich auch super. Aber warum halten sie nur an diesem Tag zusammen? Ja? Das ist immer die Frage. Warum nur an einem Tag? Wieso können sie nicht... Warum nicht immer? Sie haben doch einen Grundstück. Sie haben doch einen Acker. Wieso können sie nicht eigenverantwortlich das verkaufen? Sie fühlen sich doch, oder haben sich an diesem Tag sehr mutig alle gefühlt. Ja. Zusammen. Als Kollektiv. Zusammen. Und das ist das, genau das, was wir hier hervorkitzeln wollen. Die Menschen und ihr Herz, damit sie automatisch, wenn du im Herzen bist, bist du automatisch am System, am Herzsystem wieder angedockt. Genau. Ja, weil dann verstehst du auch alles und dann suchst du auch nichts mehr in Telegram. Du suchst nicht mehr bei dem das oder bei dem das die Antwort. Du suchst die Antwort nicht mehr. Ich habe die Antwort auch gesucht. Ich war bei dem im Kanal und bei dem im Kanal und habe überall reingefühlt und habe gedacht, irgendeiner muss doch mal die Antwort geben oder es muss doch jetzt im Außen mal vorwärts kommen. Nein. Ich war auch an dem Punkt, wo ich geweint habe, weil ich realisiert habe, so geht es nicht. Wir können nicht im Außen in den Nachrichten verweilen und hoffen und warten, dass sich was ändert. Oder beten. Wer betet, hat sich nicht erkannt. Wir selber sind die Veränderung. Und gerade das, wo die Bauern zusammengefunden haben, ist ein super Beispiel dafür, was Zusammenhalt bedeutet und dass man das nicht nur an einem Tag sein kann, mutig sein kann. Nein. Wir können das von jetzt auf gleich alle zusammen sein. Und dann ist das Ding hier durch, weil wir uns dann alle bewusst sind, was wir wollen. und dann ist das Ding durch, weil wir, weil dann die Menschen, die sich ihrer bewusst werden, dann keine Aufmerksamkeit mehr auf dieses System legen, weil sie wissen genau, dass sie es erschaffen haben durch ihren Kopf. Aber es ist Zeit für die Umkehr. Das heißt, wir kehren auch vom Kopf ins Herz zurück. Das heißt, wir gehen wieder zurück, nicht in die Vergangenheit, aber in unser Herz, weil das war in der Vergangenheit. Schaut euch die Renaissance an, wie viele Künstlerinnen es gab, wo die Gemälde später im Mittelalter umgemodelt wurden in männliche Künstler. Man sieht es an allen Ecken und Enden. Deswegen, wer sich immer noch aufregt, der soll doch jetzt mal kapieren, dass das, was wir hier leben, diese Versklavung, das ist Kopfmatrix. Und wer im Kopf ist, der macht diese Matrix mit, weil er Angst hat. Aber du musst nur umswitchen ins Herz. Dann hast du dich befreit, und jeden von uns mit. So. Was ganz Wichtiges für 99 Prozent. Weißt du, was das ist? Wenn wir ins Gespräch kommen, ist spätestens die zweite Frage, ja, ihr müsst ja auch Miete zahlen. Ihr müsst ja auch das zahlen. Sag ich, Moment, wir haben das gewagt, es so zu tun, wie wir es tun. Wir sind aus dem System ausgestiegen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Dann kommt aber auch wieder der Kopf, ja, ihr zahlt ja noch das und das. Das ist der Kopf, ja. Das System ist gut. Wir machen doch einen Anfang. Du kannst es den Menschen nicht sagen, du kannst es ihnen nur zeigen. Also machen wir einen Anfang. Wir sind aus dem System ausgetreten. Wir haben keine Gelder aus dem System, die uns über Wasser halten. Nee. Wir leben nicht von Geldern vom System. Das wäre, da wären wir ja immer noch im System. Dennoch nutzen wir Sachen aus dem System. Sonst könnten wir uns heute hier nicht unterhalten. Ich habe ja einen Handyvertrag. Klar, der eine oder andere würde sagen, es geht auch ohne, aber du bist trotzdem mit dem System gekoppelt. Und es ist gut so, weil wie willst du denn die anderen Menschen erreichen, wenn wir, wir sollen uns doch nicht abkapseln. Weil wenn du dich abkapselst, dann kannst du doch deine Liebe gar nicht entfalten oder die Menschen von deiner Liebe überzeugen, weil sie müssen es selber fühlen lernen. Es ist wie, wie als wenn du ins Geschäft gehst. Viele Menschen haben immer noch ein Problem damit, wenn sie einkaufen gehen. Gerade die, die jetzt anfangen zu fühlen. Sie fühlen ganz viele verschiedene Schwingungen in den Geschäften. Sie gehen da rein und fühlen, oh, hier fühlt sich aber was nicht komisch an. Und sie wollen einfach nur ganz schnell wieder da raus, weil sie diese Gefühle nicht ertragen. Es ist klar, dass wenn man neu ist und sich gerade erst lernt zu fühlen, dass man das nicht einordnen kann. Und dadurch entsteht Angst. Das ist wie bei einem Kind, was nachts im Bett liegt, auf einmal knackst was. Das kriegt Angst, weil es dieses Geräusch nicht einordnen kann. Das ist ganz normale Reaktion. Und so ist es in den Geschäften auch. Also, viele Menschen gehen durch die Geschäfte und nehmen diese schlechten Schwingungen, also niedrigen Schwingungen von anderen Menschen einfach auf und begeben sich selbst in diese Schwingungen. Und dementsprechend ist ihr ganzer Tag dann auch danach gestaltet. Das passiert schleichend übrigens. Das merkst du gar nicht. Das merkst du gar nicht. Du merkst nur auf einmal dieses Innere. So, ich bin so jemand, ich bin hier für die Liebe und ich weiß, was ich ausstrahle, weil ich fühle, was ich ausstrahle. Ich sehe es nicht, aber ich fühle es ungemein. Und wenn ich ins Geschäft gehe und ich fühle niedrige Schwingungen, dann mache ich das wie bei den Glücksbärchis. Mein Herz sprudelt gerade so über und ich lasse meine Energie einfach nur fließen, weil ich gehe an den Menschen vorbei. In dem Moment kommt bei mir so, boah, ich liebe dich. Ich nehme dich gerade so dick in den Arm, wenn ich hier an dir vorbeilaufe und ich weiß, du bist in meinem Aurafeld und es macht was mit dir. Ich lasse einfach meine Liebe fließen. Und ich gehe da freudestrahlend auch wieder raus. Und ich weiß, andere gehen da auch wieder raus mit einem ganz anderen Gefühl, weil ich da durchgewandelt bin. Und es wird Zeit, dass es mehr von meiner Sorte gibt, damit wir das Kollektiv damit endlich noch schneller anheben können. Ja, dazu bedarf es aber an Mut. Wenn uns viele fragen, wie macht ihr das denn? Dann sage ich, das zu sagen bringt gar nichts, weil du hast einen ganz anderen Lebensweg, deiner wird ganz anders weitergehen. Aber jeder kennt doch den Satz, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Licherheit. Das heißt, wenn du es nicht probierst, wie willst du denn rausfinden, ob es funktioniert? Ganz anders. Was hält dich zurück? Angst. Genau, Angst. Dadurch, dass jeder einen anderen Lebensweg hatte, bekommt auch jeder andere Impulse. Ja. Ist ja klar, wir bekommen doch nicht die gleichen Impulse, weil wir eben unterschiedliche Wege haben. Und diese Impulse helfen dir immer überall, wenn du irgendwo drin feststeckst, heraus und führt dich einfach nur weiter in Liebe. Ja. Und nicht in dem Chaos Kopf. Weil der Kopf, das ist wie Gott, der gehört da nicht hin, die Oberhand. Ja, die Oberhand hat das Herz. Der Verstand ist dafür da, das ist der Diener des Herzens. Und das verstehen viele nicht. Die halten an ihrem Ego und Verstand fest. Viele setzen Ego und Verstand gleich. Dann haben sie sich nicht beobachtet. Du musst dich ja mal beobachten, um abkapseln zu können, was was in dir ist. Wenn du dich nicht beobachtest, kannst du dich gar nicht kennenlernen. Und dann machst du dieses kollektive Spiel weiter, weil du es nicht anders kennst. Und die Jesusgeschichte ist für viele, kann ich jetzt schon sagen, die letzte Hürde. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist die letzte Hürde. Was soll bitte größer sein und die Welt erschüttern, als diese Geschichte, nach der alle leben oder viele leben noch? Sie klammern auch die Zwangskristensierung aus. Sie klammern das aus. Sie haben vergessen, dass unsere Vorfahren leiden mussten. Sie mussten leiden. Und die Kinder unserer Vorfahren haben dieses Leiden mitgenommen. Und dadurch entstand dieses Schweigen. Es ging in den letzten Jahren viel rum, das haben wir ja auch mitgemacht, gedenkt unseren Ahnen, was sie alles gemacht haben. So wenn ich unseren Ahnen gedenke, dann dürfte ich schon gar kein Christ sein, weil sie darunter gelitten haben. Ja, ganz genau. Aber ich mache es weiter. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. So, wir prangeln hier nichts an. Und wir sagen das ganz öffentlich. Es ist wichtig für die, die sagen, ich möchte die Wahrheit leben, halten aber in dieser Geschichte fest, dann können sie die Wahrheit nicht leben. Das geht nicht. Guck mal, jeder, der mal richtig in sich reinfühlt, weiß ganz genau, dass das mit dieser Gottesgeschichte, fühlt doch mal bitte in euch rein. Ich meine nicht in den Kopf, ich meine in das Herz. Fühlt doch mal da rein. Und dann geht mal bitte in der Geschichte weiter nach vorne. Warum sind die Frauen benachteiligt immer noch? Ihr müsst aufhören, diese Christianisierungsgeschichte weiterzuleben, weil durch euch wird eine Lüge aufrechterhalten und so kann die Welt nicht befreit werden. Das funktioniert nicht, weil ihr eure Aufmerksamkeit da reinsteckt, weil ihr das produziert, weil ihr nicht fühlt, was wirklich Phase ist. Da gibt es, du weißt, ich habe das ja nicht ganz gelesen, aber ich habe, die wichtigsten Dinge habe ich mir gemerkt. Da steht etwas in der Bibel, da steht, falle niemals von deinem Glauben ab. Das stimmt. Da steht aber auch, geh niemals von mir weg, sagt Jesus. Geh niemals von mir weg. Das ist ja schon wieder eine Vorschrift. Darf ich mich nicht umschauen, ob es vielleicht doch was anderes gibt? Und das heißt offen für alles sein. Ganz genau. Und mir das anschauen, gerade die dunklen Ecken. Wir sind eigentlich, wir bestehen ja aus Wasser. Eine Cola ist auch Wasser. Die muss aber wieder, ich sage mal, wenn du sie in den Ausguss schiebst, muss sie gefiltert werden, bis sie wieder rein ist. Und dasselbe ist mit uns. Wir müssen uns selber filtern, was gehört hier nicht rein? Was gehört nicht in unser Energiefeld? Und das müssen wir rausschmeißen. Das müssen wir rausschmeißen. Es ist etwas auf dem Vormarsch. Das habe ich schon kurz und schon mal gesagt. Ganz viele erklären es die Liebe aus dem Kopf. Aber so umständlich, dass es keiner versteht. Das ist doch schon ein Zeichen. Weil sie, ja, das ist sehr gut. Das ist super. Wenn die auch noch anfangen zu fühlen, dann gibt es hier einen Boom. Genau. Wir haben doch vorher auch, du hast, wie lange sagst du schon gewisse Dinge, die du wusstest, die aus dir selbst kamen, die du aber selber noch gar nicht verstanden hast. Richtig. Die aber im Laufe der letzten Zeit, also der letzten Jahre, für dich immer verständlicher wurden. Man muss doch erst mal was aussprechen, damit man es dann, ja, man sich selbst dorthin bringt. Ja. Das ist wie, du sprichst das aus, was du dir wünschst, und dann kommt es. Aber dazu, ist ganz wichtig, da ist das Ego sehr präsent im Hintergrund. Das will, 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 das will das jetzt, 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 jetzt. Das wird erst funktionieren, wenn du gewisse Dinge ablegst. Und, du hast mir das so oft gesagt, und ich wusste am Anfang gar nicht, was du meinst. Du hast immer gesagt, Volker, du sagst den Menschen das und das, aber in ein paar Sachen lebst du selber noch nicht. Und da habe ich gesagt, wie, natürlich lebe ich das. Bis ich gemerkt habe, das hindert mich noch, das hindert mich noch. War auch Scham. Scham dabei. Es ist sehr oft Scham. Das ist das letzte Scham, ja. Aber, da wirst du von ganz allein dahinter kommen, weil du die Impulse dazu bekommst, wie du das lösen kannst. Du selber, da brauchst du keine Anleitungsvideos, niemanden. So, und wenn du das dann hast, dann wird dir alles selbst klar. Ja, durch dich selbst, weil, du öffnest dein Herz dafür, weil du, die Kruste, die drumherum war, die bröckelt, ja, und dein Herz strahlt immer mehr und sagt dir, was zu tun ist. Und, du bist dann unangreifbar, weil die Liebe unangreifbar ist, ist das Höchste überhaupt. Das merkt man, wenn sie mich immer außen vor lassen. Ja, ja, klar. Ich bin unsichtbar. Du bist unsichtbar schon. Sie haben Angst vor mir. Ja. Sie haben Angst vor der Liebe. Das, was sie eigentlich sich wünschen und suchen. Sie suchen nach Liebe und Antworten. Jeder, jeder, der keine Liebe hat, sucht einen Partner, der ihm die Liebe geben kann. Aber das, so funktioniert Liebe nicht. Liebe funktioniert auch nicht, dass man ständig, wenn eine Beziehung fertig ist, sich die nächste sucht. Das ist auch nicht Liebe, das ist Kopfliebe. Und die geht immer wieder kaputt. Da kann man sich's noch so schön reden. Da braucht man nur Fragen. Die ist vergänglich. Seid ihr auf einer Ebene und die meisten sagen, die sind wir nicht. Die Kopfliebe ist vergänglich. Ja, klar. Hatten wir ja schon alles. Im Prinzip ist es das, was jeder sucht, die Liebe, aber die hat jeder selber. Und die funktioniert ja nur für dich, wenn du wirklich so bist, wie du wirklich bist. Und dann ist es natürlich auch ein kleiner Weg, rauszufinden, wie bin ich denn eigentlich? Wie möchte ich denn sein? Und ich sage immer, erinnere dich an früher, wo du drauf geschissen hast, wie du gerade warst. Du hast dich wohl wohlgefühlt. Und da war dir die Meinung der anderen doch auch egal. Wieso legst du jetzt so viel Wert auf die Meinung anderer? Glaub mir, jeder möchte sich selbst sein, nenne ich das mal. Jeder möchte das. Aber sie setzen sich alle selber Grenzen. Die Liebe aber ist grenzenlos. Da gibt es keine Grenzen. Wir werden eine stetige, immer, immer größer werdende Entwicklung hier durchführen, durchmachen, weil wir Schöpfer sind. Und diese Schöpfer wissen viele, aber sie wissen nicht, wie sie es umsetzen. Ich sage nur eins, mit jedem gesprochenen Wort. Nicht aussprechen, was ich nicht möchte, sondern nur das, was ich möchte. Weil dann kommt es in mein Leben. Ansonsten bleibt ja das, was ich nicht möchte, weil ich es ja andauernd wieder ausspreche. Denken ist dasselbe, wenn du das denkst. Das spielt keine Rolle, ob du das aussprichst oder denkst. Ja? Egal wie die äußeren Umstände sind, egal ob du einen Schuldenberg hast, ob du aus der Wohnung geflogen bist, ob du Ärger mit den Eltern hast, mit den Kindern, das spielt keine Rolle. Wenn du dich änderst, mein Stammspruch, ändert sich alles. Wenn du dich nicht änderst, kann sich nichts ändern, weil du ja so bist. Also, sei mutig und fang an. Jetzt. Ja, wichtig ist einfach, dass man sich die Frage stellt, was lebe ich da? Und wo kommt dieser Gottesglaube her? Wo ist der Ursprung? Es geht immer um den Ursprung. Das ist ganz wichtig, weil ihr könnt doch nicht irgendwas leben, wo ihr gar nicht den richtigen, den wahren Ursprung kennt. Ihr müsst nur schauen, was ist ab der Zwangschristianisierung passiert. Und was lebt ihr da? Was lebt ihr immer noch? Ihr macht dieses Spiel weiter. Ihr macht es immer noch mit. Und das gilt es jetzt zu erkennen, weil so wird sich diese Welt da draußen nicht ändern können. Das Alte muss erst gehen, damit ein Neues entstehen kann. Vor allen Dingen sind da diese negativen Energien mit dran geklammert, dran geheftet. Ich will es vielleicht umbenennen, nicht negative Energien. Niederschwingende. Niederschwingende, genau. Die mit dir nicht resonieren. Und deswegen kommt es dann zum Mini-Crash. Naja, negativ im Sinne von, wenn ich überlege, was sie mit unseren Vorfahren, mit unseren Ahnen gemacht haben, an die ich gedenke, dann muss ich mir das auch anschauen. Gerade das muss ich mir anschauen, weil darauf basiert hier ja alles. Aber ohne ins Gefühl dazu zu gehen. Ohne ins Gefühl, weil Trauer und Leid, nein, nur aus der Adlerperspektive schauen. Und die Trauernis sind auch so ein Riesenthema. Ja, Trauer ist Kopf. Also Trauer ist Ego. Das möchte, dass du in so einem niedrigen Zustand verweilst. Und deswegen hält es dich darin fest. Und wenn du das mit dem Tierleid und mit dem Kinderleid dir immer wieder vor Augen führst, dann hast du nicht verstanden, dass du es nur ändern kannst, wenn du dich veränderst. Du leidest damit, aber du hältst das Leid damit aufrecht, weil du nicht weißt, oder vielleicht schon weißt, aber nicht den Mut dazu hast, zu deiner Veränderung, weil deine Veränderung bewirkt natürlich auch da was. Weil je mehr jeder ins Herz kommt, umso weniger gibt es noch niedrige Schwingungen oder Menschen, die in niedrigen Schwingungen sind, die solche Taten tun. Wenn es zum Beispiel heißt, ich gehe auch jetzt in eine Vereinigung gegen Kindesmissbrauch oder gegen Tiermissbrauch oder was auch immer. Was hilft es denn? Damit hältst du es ja aufrecht, weil... Alle da zusammen leiden, ja. Nicht nur sie leiden, sondern wenn es das gibt, muss es das andere ja auch geben. Wenn sich aber das auflöst, löse ich das andere auch auf. Ja, aber warum gucken wir denn nur bei dem einen? Nein, dann sollte man sich doch mal die andere Seite anschauen. Weil dieses... Das, worüber alle trauern oder mitleiden, sagen wir mal so, das gibt es in der Liebe nicht. Das heißt, wenn jeder in der Liebe ist, gibt es keinen Mensch mehr, der böse Taten tut. Das funktioniert dann nicht mehr. Jetzt wieder als simples Beispiel. Wenn ich sage, viele sagen ja, sie wissen, dass sie unsterblich sind jetzt. Sie trauern aber um eine Ex-Beziehung, um einen Verwandten oder was auch immer. Wenn du doch weißt, dass du unsterblich bist, dann weißt du, dass das ja einen Grund hat. Und warum müssen wir nicht sterben? Damit wir das auch mal erfahren und dann auch sehen, dass es ja eine Illusion ist. Ganz genau. Und wenn du das erkennst, dann trauerst du nicht mehr, dann leidest du nicht mehr, sondern eigentlich sollte es immer so sein. Egal, welcher geliebte Mensch jetzt mal kurz weg ist. Genau. Erinnere dich nur an das, was toll war und feiere ihn. Feiere seinen Geburtstag. Am Geburtstag, wo mein kürzlich verschobener Bruder trinken wir hier ein Bier auf ihn. So einfach ist das. Soll ich da sitzen und weinen? Ja, wem bringt das was? Wem? Niemanden. Weil niedrig Schwingung hat da nichts mehr verloren. Du willst ja dauerhaft in der Liebe sein. Das Problem ist, bei den Menschen, die an Gott glauben, sie glauben an das ewige Leben, aber dieser Gottes, also Christianisierungsglaube bringt halt den Tod mit sich. Und deswegen glauben sie an das ewige Leben, aber glauben, sie müssen den Körper ablegen. Wo ist denn das dann ewiges Leben? Das ist doch nicht ewiges Leben. Vor allen Dingen, wenn es mir ein alter Mann oder eine alte Frau erzählt. Und dann reden die Menschen dann davon, also die, die dann den Gottesglauben immer mehr ablegen oder dabei sind oder nicht mehr so daran glauben, dann in die spirituelle Szene übergehen, dann geht es um die Reinkarnation. Ja. Ja, die Reinkarnation, die ist, natürlich gibt es das, aber nur, wenn du in dieser Kopf-Ego-Matrix drinne feststeckst, weil dann glaubst du ja daran. Es geschieht immer nach deinem Glauben. Und es ist so, mutig sein heißt, du hast jetzt gerade dieses Leben, du hörst jetzt in diesem Moment das, was wir hier sagen. Du kannst jetzt sofort dein Leben ändern. Das heißt, du musst nicht mehr gehen, wenn du aufhörst, an den Tod zu glauben und dein wahres Ich zum Vorschein bringst. Das gibt dir so eine Lebensenergie, das pusht dich so dermaßen, du wirst immer mehr Glücksgefühle haben, alles, was dazu gehört. Und dann merkst du, das stimmt ja doch mit der Veränderung. Ja, natürlich stimmt das. Wir lügen ja nicht. Und das gilt ja für jeden Menschen. Für jeden Menschen gilt das. Aber wenn jemand schon abgeschlossen hat, sagt, ach, vielleicht im nächsten Leben, ja, dann ist das so, weil das ja dein Glaube, dein Wille ist. Aber es muss nicht so sein. Du bist doch Drehbuchrecher. Du kannst doch festschreiben, wie es weitergeht. Sonst niemand. Das Lustige ist, das tun die Menschen jede Sekunde und jeden Moment. Schreiben sie das Drehbuch. Aber sie legen ihre Aufmerksamkeit auf das Schlechte. Also richtet sich ihr Drehbuch auch genau danach. Ist doch ganz klar. Wenn du jetzt aber ins Herz kommst, das heißt, du fängst an, dich zu beobachten. Was mache ich denn da? Wer hat denn bei mir im Inneren die Oberhand? Der Kopf, der sich ständig Gedanken macht über alles und dann erst ausspricht oder tut oder handelt oder das Herz, was Impulse empfängt aus der Quelle, woher auch sonst und danach lebt. Das heißt, wer nach seinen Impulsen lebt, dem ist scheißegal. Der Impuls, der gerade kommt und der Mensch, der gerade vor ihm steht, der kriegt genau das, was einem an Impuls auf einmal da ist, direkt vor den Kopf geklatscht. Weil er braucht es wahrscheinlich. Gibt ja einen Grund, warum ich das sagen soll. Da soll man nicht mehr innehalten oder durch die Blume reden. Man muss offen und ehrlich sein. Das bedeutet, dass man eben nicht durch die Blume redet oder so tut und überlegt, wie kann ich es ihm am besten sagen? Ach nee, ich sage es ihm doch nicht. Das ist Lügeleben. Das ist nicht Wahrheitleben und auch nicht Liebe. Weil Liebeleben bedeutet, jemanden, der an deiner Seite ist, wo du siehst, der läuft gerade in sein Verderben, du darfst ihm einen Impuls geben. Gehen muss ja den Weg ganz alleine. Aber wenn da ein Impuls aus der Quelle kommt und du ihm den mitteilen sollst, dann tue es und halte nicht inne. Weil sonst greifst du nämlich in seinen Weg ein, wenn du es nicht aussprichst. Das ist nämlich eine Verdrehung. Ja. Es heißt ja, jeder hat seinen Lebensweg. So und so. Jetzt ist aber der Zufall, dass jemand mit uns in Kontakt kommt. Wir reden mit ihm und wir fühlen sofort, was wir sagen sollen. Dann sind wir sogar, das ist eine Pflicht, das zu sagen. Ja, natürlich ist das eine Pflicht. Weil wir gerade extrem verbunden sind und diese Information kommt ja vom Gegenüber. Ja. Das heißt, die Wahrheit aus dem Inneren ist bei allen gleich und wir spüren dann, was bei demjenigen gerade noch aktuell ist und dann sagen wir das. Und wenn du damit anfängst, wirst du auf einmal sehen, wie die Menschen sich dir gegenüber öffnen, weil sie geflascht sind. Wie kannst du das wissen? Weil sie merken, dass du mutig bist und alles aussprichst. Ganz genau. Früher wurde, weißt du, der Stärkere, da wurde mit Fäusten gekleit. Heute geht es vielleicht darum, vom Liebevolleren oder wo du die Liebe fühlen kannst. Es geht nur mit Liebe. Du kannst nur mit Liebe heilen. Und wenn man irgendwo reingeht und es ist ja so, dass viele sagen, ich gehe da und da nicht mehr hin, ich kann mit den Menschen nicht mehr reden, wir haben keine Gesprächsthemen mehr. Du musst doch nur über die Liebe reden. Was ist denn das Wichtigste und die stärkste Kraft? Die Liebe. Also wenn wir irgendwo hingehen und da sind Menschen, die noch sehr niedrig, also beziehungsweise vom Bewusstsein noch nicht so weit sind, dann redet man über die Liebe und ihr glaubt gar nicht, was das an Wunder bewirkt. Ich habe sie ja letzte Woche getestet, da bin ich an den Tisch, drei Frauen, ein Mann. Ich sagte nur, ich weiß nicht, was das Thema war, ich bin nur hingegangen, so hier, frisch in Liebe. Habe ich da was hingebracht, frisch in Liebe, ja. Und dann waren die so ein bisschen, wie was? Habe ich gesagt, ja, natürlich, ich liebe auch euch, ich liebe alles. Habe ich gesagt, ich sage jetzt einfach mal zu dir, ich kenne dich nicht, sag zu dir, ich liebe dich. Wer kann denn dagegen sprechen? Niemand. Und dann habe ich gesagt, ich liebe alle Menschen. Dann sagte sie, ja, ich auch, außer Putin. Da habe ich gesagt, du, über Politik rede ich überhaupt nicht, ich rede über die Liebe. Und schon war das Thema weg. Nicht auf das Thema Putin eingehen, sondern ich bleibe beim Thema Liebe. Aber selbst den lieben wir auch. Habe ich ihr gesagt, alle. Jeden. Frau Merkel auch. Das hatte ich ja schon damals gesagt, da habe ich ja Prügel bekommen. Ja, natürlich, vom Ego hast du Prügel bekommen, weil du darfst nicht vergessen, das ist ein Fluch und ein Segen. Du musst dich nur fragen, für wen ist es der Fluch? Fürs Ego ist es ein Fluch. Genau. Aber ein Segen für das Herz. Genau. Ganz genau. Und deswegen, drumrum reden heißt, ums Herz rumrennen. Nee, nee, wir gehen ans Herz. Ja, das ist wie ein Kreis, das ist wie ein Q. Ja. Du gehst, du durchbrichst diesen äußeren Kreis nach innen. Genau. Und dann hast du dein Q. Und deswegen ist auch beim Q normalerweise der innere Strich kürzer wie der äußere. Du musst erst mal durch den äußeren, dann bist du im Inneren. Genau. Und dann ist ja immer ein I davor, IQ. IQ. I heißt ja ich. Ich bin Liebe. Und die Liebe, weil der Kopf, der dreht sich immer im Kreis, wie halt der Kreis von Q, bei einem Q. Da geht es mal kurz nach innen, dann geht es wieder nach außen. Nee, der dreht sich immer nur im Kreis. Aber die Liebe durchbricht diesen Kreis. Das ist damit gemeint. Ja, ja, aber selbst wenn du im Kreis gehst, du wirst immer wieder mit der Liebe und mit dem anderen konfrontiert. Dann geht der Kreis weiter, wieder Liebe. Ja, klar. Und du kannst das gar nicht einordnen. Ja, was ist denn jetzt? Das sind ja alles Aufgaben für dich, um zu erkennen, bist du jetzt schon auf dem Weg in die Liebe oder eben nicht oder regt dich hier und da noch was auf. Das sind alles nur Sachen, die du jeden Tag bekommst, damit du einfach schaust, wo stehst du denn? Und deswegen bekommst du die so lange, bis du wirklich im Herzen angekommen bist. So lange läuft dieser Prozess. Darin erkennst du es. Wenn die Prüfungen aufhören, anders werden, dann siehst du, oh, jetzt habe ich das noch. Das wird alles Stück für Stück abgearbeitet. So kann man das nennen. Erstmal die größte Baustelle kommt. Genau. Die größte kommt fast zum Letzt. Die größte kommt fast zum Letzt. Das kann ich so von mir sagen. Wie kannst du es von dir sagen? Die größte Baustelle bei dir? Was war die letzte? Kannst du dich erinnern? Scham. War auch Scham? Ja. Ja. Scham, ich habe, ich hatte, also ich arbeite gerade daran, es abzulegen. Das ist das Letzte, was ich noch gefunden habe bei mir. Schamgefühl, dass ich mich noch nicht traue, frei zu singen vor der Menschheit. Obwohl ich genau weiß, dass ich es kann. Das habe ich aber auch noch. Das ist mein Schamgefühl noch. Aber ich bin da dran. Wie gesagt, ich arbeite jeden Tag daran. Und keiner ist perfekt, weil wir, keiner ist perfekt, ja? Ich sage es anders. Jeder ist perfekt, so wie er ist. Aber es geht ja, perfekt ist ja wieder eine Grenze. Richtig. Ich bin schon perfekt. Das stimmt. Es geht immer weiter. Das heißt, ich möchte noch besser werden. Noch besser werden. Noch mehr lieben. Ihr werdet Gefühle haben, die habt ihr noch nie in eurem Leben wahrgenommen. Und deswegen weiß das Ego nicht, von was wir hier sprechen. Tiefe, innige Liebe ist etwas ganz, ganz anderes, als das, was wir dachten, dass es ist. Aber das wird jeder erfahren. Ja, da geht gar kein Weg dran vorbei. Aber dieses Mutigsein, das vermissen wir ein bisschen. Ja, das vermissen wir. Wir sind wenig mutige Menschen. Oder es ist immer noch Verurteilung mit drin, andere gegenüber. Ja, ihr habt jetzt aber auch hier verurteilt, ihr habt gesagt, es gibt noch wenige Menschen. Sag ich, wenn gleiches... Das ist doch kein Urteil, das ist eine Feststellung, eine Beobachtung. Und erklären kann ich es damit, wenn gleiches Gleiches anzieht, müssen ja noch ganz viele hier sein. Also bei den Menschen, die immer so Äußerungen machen, weiß ich ganz genau, dass sie sich halt nicht selbst lieben. Die sind auch meistens immer allein, also nicht als Paar. Richtig. Weil die haben Partner. Die haben Partner, aber zeigen sich nicht als Paar. Oder gehen sich aus dem Weg und so weiter. Zeichen gibt es überall, wo die Menschen sich belügen. Ja. Die müssen nur hinschauen. Und das ist... Und deswegen, viele regen sich über andere Menschen auf, dass die nicht vorwärts kommen. Wie sollen sie denn vorwärts kommen, wenn du nicht vorwärts gehst? Sie brauchen jemanden, der es ihnen zeigt. Genau. Du kannst es ihnen nicht sagen. Also gehen die Liebe, komm in die Liebe und zeig es ihnen. Weil das bewirkt hier die Wunder. Nicht die Gespräche oder sich das Aufregen über andere und Sprachnachrichten machen, wie schlimm oder schlecht etwas da draußen ist. So änderst du es doch nicht. Ja? Also du kannst es gerne weiterführen, das Spielchen, dich über alles aufregen. Aber umso länger haben wir... Sind wir hier alle am Warten auf dich? Wir warten dann. Umso länger dauert das Ganze hier. Und es gibt schon so viele, die so mutig sind und vorgehen und es den Menschen zeigen. Nicht mehr reden. Wenn du im Herzen bist und nur noch auf deine Impulse achtest, also hörst und sie lebst, ohne darüber nachzudenken, dann sprudeln die Impulse aus dir heraus. Jeder, der jetzt hier hinhört, der kann so stolz auf sich sein, dass er sich das anhört, weil dein Herz möchte das hören. Sonst wärst du nicht hier. Verstehst du? Da ist eine gewisse Resonanz zwischen dir und uns, was dich das hören lässt. Warum ist das so? Es gibt dir keine Zufälle. Genau. Frag dich, und ich sage dir immer wieder, diese Videos von uns, das sind ja eigentlich nur Gespräche. Das sind alles Impulse, die aus uns rauskommen, die wir aussprechen müssen. Wir müssen sie aussprechen, weil wir zeigen, wie es funktioniert. Und du selber kannst deine Entwicklung wunderbar sehen, wenn du dieses Video nächste Woche nochmal anhörst, weil dann wirst du an dem Tag wahrscheinlich eine andere Schwingung oder was auch immer. Am besten, wenn du in dem Moment dich so gut fühlst und sagst, das höre ich mir jetzt nochmal an. Und dann wirst du das, was wir hier gerade sagen, ganz anders verstehen, wie letzte Woche. Und auch wenn sowas passiert, würden wir uns mal über einen Kommentar freuen, weil dann kannst du deine eigene Entwicklung allen zeigen. Das ist auch Mut, dazu seine Einschätzung, derzeitige Einschätzung, niederzuschreiben, weil das sind auch Mutmacher für andere. Und was ich grundsätzlich mache, ist, wenn mir ein Video gefällt, egal was es ist, gibst von mir immer den Daumen, weil ich dieses Video like. Das ist ein Dank, dass Sie das gemacht haben. Ein kleiner Dank. Und wenn es richtig gut ist, schreibe ich immer einen Kommentar. Und der ist so voller Liebe immer. Die reagieren natürlich auch da drauf. Und das sollte bei jedem so sein. Seine Dankbarkeit in Wertschätzung zeigen von einem Kommentar, von einem Daumen. Nicht, weil wir das brauchen. Aber wir wissen ja diesen Algorithmus. Umso mehr das Liken, umso eher wird das bei anderen auch angezeigt. Wir möchten ja damit die Welt relofizieren. Nicht revoluzieren, relofizieren. Relof, genau. Diese Liebesrevolution ist etwas ganz anderes wie eine Revolution auf der Straße. Die ist nämlich absolut gewaltfrei und braucht keine laute Stimme. Genau. Und sie richtet sich auch nicht nach irgendwelchen Daten. Nein. Nein. Das war ja wieder was gestern. Ja, ganz genau. Und du wirst immer dann wissen, wann der richtige Zeitpunkt für dich, für das ist, was gerade ansteht. Du wirst das wissen. Das hat keine Eile. Manchmal schon. Aber eigentlich ist es keine Eile, sondern du setzt nur einen Impuls um. Und daran, auch nochmal ganz kurz gesagt, ganz einfach, alles, was du für dich tust, um weiter voranzukommen, bringt dich ins nächste Level. Alles. Sobald du was für dich tust, bleibt die Energie bei dir und dein Herz weiß, jawohl, jawohl, jetzt geht es los oder jetzt geht es weiter. Wenn du immer nur für andere da bist, gibst du deine Energie an den anderen ab und nimmst ihm was ab. Es gibt ja so Sachen wie beim Umzug, klar hilft mir da, aber es gibt Sachen, wo ich sehe, warum nimmt er oder sie ihm das alles ab? Warum? Das kann er doch selber. Der ist zu faul und sie ist zu gutmütig. Das ist dann wieder das Ungleichgewicht. Also, immer gucken, muss ich jemand das abnehmen? Muss ich mein Kind dann alles abnehmen oder lasse ich sie auch mal selbstständig handeln? Sie müssen es ja selber lernen. Ich habe mal gelernt, Ressourcen zu fördern. Das heißt, die Kinder und auch die Eltern darin unterstützen, was sie noch können und das weiter hervorheben. Auch das. Also sie selber selbstständig wieder werden lassen und nicht alles abnehmen, weil das bewirkt das Gegenteil. In beiden bewirkt es das Gegenteil. Auf beiden Seiten. Jo. Richtig. Das sind Impulse, die wir hier aussprechen, die früh am Morgen auf einmal da sind. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Morgenstunde hat Gold im Mund. Das ist damit gemein. Du hast morgens die geilsten Impulse, ohne dass du darüber nachdenkst. Und wenn du die aussprichst, ja, was glaubst du, was daraus resultiert? Du bist Schöpfer. Das ist Drehbuchschreiben. Und es ist vollkommen egal, ob wir, wie vielen Menschen wir jetzt schon verholfen haben, zu sich selbst zu finden, die dies geschafft haben. Die werden weitere mit Liebe infizieren. Genau. Und so geht das weiter, wie ein Virus. Das ist die Kettenreaktion. Wenn keiner mehr bestimmten Dingen Energie gibt, muss es verschwinden, weil ist ja keiner da, den es interessiert. Genau. Da muss das verschwinden. Und dadurch, dass wir uns zeigen sollen, wir sollen uns zeigen, damit die anderen, die noch nicht so weit sind, sehen. Sie fühlen uns, sie sehen uns. Sie wissen nicht warum, aber sie tun es. Und sie folgen dann ihren Instinkten, also ihren Impulsen. Ja, das ist noch ein innerer Kampf, ein Pingpong, aber selbst das, das dauert nicht lange. Und dann ist das überwunden. Wenn sie sehen, dass es genug gibt, die schon nach ihrem Herzen handeln und dann sehen sie auch, wie mehr und mehr das scheinbar Böse im Hintergrund, die Politik, verschwindet. Man sieht es doch schon. Ja. Man muss auch gar nicht den Fokus da drauflegen, wenn man noch selbst nicht bei sich angekommen ist. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Ganz genau. Weil das hat euch nicht mehr zu interessieren. Ihr habt, ihr wisst, dass ihr Schöpfer seid und ihr habt hier eine Aufgabe und zwar das da draußen zu ändern und das geht nur, wenn ihr jetzt anfangt, zu euch selbst zu finden und euch erkennt, wer ihr hier wirklich seid. Und wenn du mit jemandem aus dem Herzen sprichst, wirst du das merken, weil er wird ganz anders antworten, wie er sonst antwortet. Das ist das eine. Und jetzt kommt aber noch was dabei. Du kannst es ganz schnell erkennen, ob jemand aus dem Herz antwortet oder nicht, weil der überlegt nicht. Wenn ich dich was frage, gibst du prompt die Antwort und nicht, Moment, also länger als zwei Sekunden, eine Sekunde ist schon fast zu viel. Genau. Das bedeutet dann nachdenken. Das zu denken, genau. Du musst herausfinden, was ist der Kopf, wer denkt danach und was ist der Impuls? Der kommt immer vor dem Denken. Der Impuls. Ganz wichtig, dass du dich beobachtest, damit du es lernen kannst, abzukapseln. Ein Virus, wenn es einen gäbe, der müsste auch abgekapselt werden, also isoliert werden, um ihn überhaupt zu erkennen. So ist das mit dem Gehirn, also mit dem Ego, was sich aufs Gehirn gelegt, auf den Verstand gelegt hat. Genau das Gleiche. Du musst erkennen, was ist der Kopf, was ist das Herz. Und wenn du das erkennst, dann weißt du auch, was als Tier dazwischen plappert, wenn nachgedacht wird. Und dann weißt du, was dein Herz ist. Dann weißt du, auf was du zu hören hast. Dann hörst du die Stimme deines Herzens einfach viel deutlicher. Und dadurch schiebst du immer weiter das Ego weg, weil deine Impulse immer stärker werden und du auf sie hörst. Das ist die Belohnung dafür, dass das Ego verschwindet. Und dann, wenn du kein Ego mehr hast, dann bist du automatisch offen für alles. Nicht vorher schon, das geht vorher gar nicht. Das heißt, du hast ja immer gesagt, ihr müsst offen sein dafür. Das geht nicht. Und das können die Menschen auch so nicht verstehen, weil sie erst in der Selbstliebe sein müssen. Das heißt, erst dauerhaft auf alle Impulse hören müssen. Dann verstehen sie es. Das geht vorher nicht. Also automatisch, wenn du in der Selbstliebe bist, liebst du jeden und alles. Geht ja gar nicht anders. Und da denkst du auch nicht darüber nach, warum ist das so. Nö, das ist so. Da gibt es auch nichts zu denken. Hätte ich ein Ego gehabt, als ich dich kennengelernt habe, hätte ich ein Ego gehabt, das hätte garantiert gesagt, boah, der ist mir zu alt. Oh nee, der hat keine schönen Füße oder Hände oder was weiß ich, was viele Frauen immer bemängeln. Das gefällt mir nicht an ihm. Das gefällt mir nicht an ihm oder ihr. Ja, aber das ist Ego. Aber ich bin ja mit dem Herzen da. Und deswegen liebe ich dich so, genau so, wie du bist. Egal, was da vielleicht für andere nicht stimmen mag. Ich liebe das auch mit, was du vielleicht nicht magst. Und umgedreht genauso. Und umgedreht genauso. So ist das. Das bedeutet Liebe, weil wenn man sich selbst liebt und diese Liebe du weitergibst, bekommst du diese Liebe natürlich auch zurück. Nicht zu verwechseln mit ich akzeptiere mich. Ja, das ist ja in vielen Beziehungen so, sie akzeptieren ihre Beziehung, wie sie ist, weil man hat ja auch gute Dinge, die man miteinander macht. Selbstlüge. Sicher. Das ist eine Selbstlüge. Oder ich kann mich ja nicht trennen, weil das und das dran liegt. Selbstlüge. Du kannst alles. Dein Kopf grenzt dich dabei aber ein. Nur. Egal, was ich jetzt sagen würde. Viele, was viele haben. Und es sind immer wieder die gleichen Muster, wonach die Menschen immer noch leben und sich in Angst halten. Es ist immer wieder das Gleiche. Du tust das, weil du Angst hast. Ja. Du schaust nicht hin. Warum hast du Angst? Ja. Liebe hat keine Angst, ist angstfrei. Genau. Ist grenzenlos, ist bedingungslos, liebt jeden und alles, ist offen für alles, versteht auch dann erst die Rockmusik noch viel deutlicher und wird dann erkennen erst, was da wirklich gesungen wird. Also beim Hip-Hop ist das ja immer so, geiler Arsch, wackel deinen Arsch, ich piep dich sonst irgendwo rein. Ja? Das ist diese Sprache in dieser Musik. In der Rockmusik wird über Liebe gesungen und über das, wonach sich jeder sehnt. Das ist ein großer Unterschied. Kommt noch. Kommt noch. Wie gesagt, wenn du in der Selbstliebe bist und nur noch nach Impulsen lebst, bist du automatisch offen für alles. Das kommt dann. Ich sagte ja, filmt euch mal selber, beobachtet euch mal, redet mal mit euch, guckt dir das an. Du wirst geflascht sein, wenn du mit dir selbst redest, was da rauskommt oder was da vielleicht hätte rauskommen sollen. Das siehst du im Nachgang. Und beobachte dich, bist du christlich erzogen, lebst du keusch. Warum lebst du keusch? Es ist das Gegenteil von Liebe. Du entfaltest dich nicht komplett. Du entfaltest dich eigentlich gar nicht, weil keusch sein bedeutet, bei den schlimmsten, bei den krassesten Christen bedeutet Sex einfach nur zur Weiterpflanzung, Fortpflanzung. Ja, das hat mit Gefühlen und Liebe nichts zu tun. Soll ich nur einen draufsetzen? Setz nur einen drauf, ja. Viele verurteilen auch die Pornografie. Klar. Ja, ich denke, sie sind offen für alles. Dann, wenn sie nämlich offen für alles sind und das bist du dann irgendwann, dann wirst du wissen, warum die Pornografie, warum es die gibt, zum Glück, sonst hätten ganz viele vergessen, was das überhaupt ist. Keusch sein bedeutet auch, wenn man sich sagt, ich brauche keinen Mann, ich kann auch ganz gut ohne. Das ist Keuschleben. Da habe ich gerade noch was. Und diese Menschen haben auch eigentlich keine Selbstbefriedigung. Ja, ich rede so offen, weil das muss so sein. Es ist was ganz Normales. Und jedes Kind fängt an mit Selbstbefriedigung und viele Christen versuchen das ihren Kindern auszutreiben. Oh, oh, oh. Ja, in die Richtung Keusch zu erziehen. Ja, genau. Beobachtet euch, was ihr hier tut, was ihr da schreibt für ein Drehbuch. Also dieses Drehbuch auf dem christlichen Glauben basiert, haben wir da draußen gesehen, wozu es führt. Ja, eine Herrschaft, schon von Anfang an, die dann umgewandelt wurde von Kirche in Staat. Dann irgendwann hat der Staat das Kreuz noch abgehängt, damit es ganz verwischt wird, woher das Ganze eigentlich kommt. So, und jeder, der sagt, ich habe mich von der Kirche getrennt, der muss sich auch von der Politik trennen, weil das ist ein und das Gleiche. Alles. Genau. Und automatisch, wenn du zu dir selbst findest, trennst du dich automatisch davon, weil du immer mehr aus dir selbst erkennst, weil du bist eine Bibliothek. Aber erst Stück für Stück werden die ganzen Sachen freigeschaltet, weil wenn du dich weiterentwickelst, kriegst du immer ein Häppchen, immer einen Happen, damit du dein Bild besser zusammensetzen kannst, weil alles auf einmal geht nicht, es würde uns überfordern und wir würden ganz dicht machen. Und davor weglaufen. Es passiert harmonisch, sagen wir immer. So wie du es genau vertragen kannst. Nie weniger, nie mehr, sondern exakt so, wie du es gebrauchen kannst. So einfach ist es. Und ich hatte es eben noch mal gesagt, mit dem Selbstfilm, sich selbst reflektieren, habe ich noch einen anderen Impuls zu bekommen. Wenn du es demnächst mit einer guten Freundin, guten Freund, mit wem auch immer, Mutter, Tochter, egal, wem ein gutes Gespräch führen möchtest und hast das vorher vielleicht noch gar nicht so probiert, in purer Liebe das mal zu machen, nimm mal dieses Gespräch auf. Nimm mal dieses Gespräch auf und das hörst du dir hinterher an und dann hörst du dir an. Habe ich wirklich jetzt alles gesagt, was ich von Herzen sagen wollte oder habe ich wieder hinterm Berg irgendwo drumherum geredet? Das ist das eine. Da kannst du dich wunderbar selbst reflektieren, wenn du nämlich keinen Partner oder so hast, der dich spiegeln kann. So. Da kannst du das aber selber. Du brauchst nämlich keinen dazu. Und dann machst du es beim nächsten Mal besser. Das heißt dieses Besserwerden. Ich werde perfekter, perfekter immer. Das hört ja nie auf. Das kannst du damit machen. Unter anderem. Und es ist dann auch mutig, dem gegenüber zu sagen, du, darf ich das Gespräch aufnehmen? Nur für mich. Ich möchte mich mal selbst reflektieren, wie ich rüberkomme. Nur das. Natürlich wäre es schön, wenn dann die andere Seite auch sagen würde, ah ja, lass uns doch zusammen anhören. Noch besser. Können wir zusammen analysieren. Noch besser. Ja, perfekt. Und so einfache Tipps kommen durch uns selbst. Ja. Ich habe es jetzt noch nirgendwo gehört, dass einer das auch sagt, dass ich selber filmen soll beispielsweise. Aber es ist lustig zu hören, dass immer mehr so Sachen, dass immer mehr Menschen kommen, die dann irgendwelche Videos schicken, wo es dann heißt, guckt mal, die sagen genau das Gleiche wie ihr. Ja, klar. Ja, natürlich sagen sie das Gleiche. Aber nicht aus dem Herzen, sondern sie haben es irgendwo mal gehört von jemandem, der auch im Herzen ist. Wie können wir das sagen? Wir können erkennen, ob jemand aus dem Herzen spricht. Das ist ja das Schöne in der Liebe. Ja. Und für uns ist das ganz normal. Für andere ist das unvorstellbar. Ja. Und, das wissen ja viele, sich auf Augenhöhe begegnen heißt, ihr werdet hier niemals von uns hören, dass wir irgendwie besser sind wie irgendjemand. Sondern weil wir uns gleichstellen, weil wir auch alle gleich lieben. Wie können wir denn besser sein, wenn wir uns alle gleich lieben? Geht ja nicht. Genau. Gott hat sich über uns gestellt und wir stellen uns auf eine Stufe mit allen. Ja. Weil den Gott holen wir wieder darunter, weil das ist auch nur ein Mensch, der sich über alle gestellt hat. Den Mensch nannte man einst auch mal Martin Luther. Nö, da gab es einige. Also gab es, es gab ja auch die Cäsaren, die eigentlich, ist das kein anderes Wort wie Kaiser. Genau. Cäsar. Papst, egal wen du willst, die Welt wollte sowas, hat es angenommen, weil sie sich nicht gewehrt hat. Gut, so wurden, wer nicht an den Tod glaubt, also es gab ja die, die umgebracht wurden. Ja. Die haben festgehalten an ihrem wahren Wissen und die haben sich nicht beugen lassen. Und die sind freiwillig ins Feuer gegangen. Weil sie wussten, dass sie ewig sind. Weil sie auf ihr Herz gehört haben. Ganz wichtig. Und alle anderen, die es nicht gewagt haben und den Mut hatten, das zu beenden, weil sie nur an sich glauben, die, ja, das ist das, was man da draußen sieht. Die, die sich gebeugt haben, das ist das, was da draußen immer noch ist. Sie führen genau das immer noch weiter. Es sind ja, diese Reinkarnationsgeschichte ist wichtig, weil die stimmt ja, so mehr oder weniger, ja. Das heißt, du hast wahrscheinlich vorher auch schon mal irgendwo gelebt, ja, und bist vielleicht umgekommen. Wir wissen es nicht. Manchmal glaubt man zu denken, man glaubt zu denken, wenn man mal war und das ist meistens dann auch jemand Berühmtes oder so. Wieso bist du ausgerechnet, du diese Berühmte gewesen, sage ich dann immer. Möglich ist alles, nur, mich fragen auch viele, weißt du, ich sage, ach, da haben so viele was zu mir gesagt, ich habe ja nichts dabei gefühlt, ich habe es mir angehört, ja, lustig, ja. Aber wenn es aus mir selber kommt, werde ich das auch hier sagen. Aber da war noch nichts in der Beziehung und für mich ist es auch gar nicht wichtig, sondern wir lösen jetzt hier gerade alles auf, ja. Genau. Wir lösen jetzt hier gerade alles auf. Aber es heißt, also du sollst nicht dauerhaft in der Vergangenheit sein. Ja, natürlich sollst du nicht dauerhaft, weil du bist doch Produzent. Wenn du alles in der Vergangenheit darum machst, dann produzierst du das doch weiter, ja, das Alte. Aber das ist ja alles, du musst trotzdem schauen, was ist der Ursprung? Warum ist damals das Schreckliche passiert? Ja, und diese Frauenverbrennung und das Ganze, das ist ja schon sehr ähnlich wie das, was mit den Juden passiert ist. Also es gibt da ja einen großen Zusammenhang und die Zeit liegt auch nicht so weit zurück. Also du musst schon erkennen, was ist damals passiert und was lebe ich hier eigentlich? Und worüber rege ich mich auf? Über das, was ich eigentlich lebe, rege ich mich auf? Ja, dann hör doch mal auf, so zu leben und so zu denken, weil Denken brauchen wir nicht. Denken ist nur Versklavung. Ja, durch das Denken werdet ihr da drin gehalten. Aber wenn ihr aussprecht in euer Herz, dann wisst ihr, dass ihr schon immer frei seid. Ihr versklavt euch aber selbst durch den Kopf. Und das ist die Ego-Matrix. Diese Matrix ist ganz kompliziert. Musst dir nur einen Film-Matrix anschauen. Das wirkt alles so kompliziert, das ist der Kopf. Das Herz ist total einfach. Du musst dir nur eine Blumenwiese vorstellen, wo die Mädels und Jungs daher rennen und sich des Tages freuen. Das ist Herz. Also was willst du? Ich habe noch eine schöne Anekdote aus dem Außen, aus der Vergangenheit. Deine Tochter hat eine Arbeit geschrieben in Geschichte. Und da habe ich nur gesagt, zeig doch mal, ich will mal gucken, um was es bei euch geht. Es ging um die Eisenbahn, die erste, die von Nürnberg nach Fürth fuhr, angeblich die erste. Mit der Eisenbahn damals kam auch eine Riesenrevolution. Aber das will ich jetzt hier gar nicht ansprechen. Sondern, ich habe ja gesagt, die ganzen Bunker und die ganzen Kasernen und so, das muss ja alles weit vor dem Weltkrieg da gewesen sein, weil das baust du ja nicht während dem Krieg. Das muss schon da gewesen sein. So, und da habe ich jetzt durch Zufall so einen Bericht gefunden, wo dann auch stand, dass früher Familien mit Kindern mussten im Bergbau arbeiten oder auch unterirdisch. Und die haben angeblich da drinnen gewohnt und das würde auch Sinn ergeben. Das ist nämlich die Heimatvertriebenen, die wurden da zur Arbeit getrieben. Ist das clever? Die wurden gar nicht groß aus der Heimat vertrieben oder es gibt auch viele, in Polen hat man das auch gelesen, 1,6 Millionen angeblich Vertriebene und davon wären dann doch 6.000 zurückgekommen. Also irgendwie sowas. Die hätten einen neuen Hof bekommen, den alten hätten sie weggenommen bekommen, die Bauern hätten einen neuen Hof bekommen. Natürlich dann im Sinne vom Staat. So würde das gedeichselt oder gedreht damals. Weil wir uns ja auch immer gefragt haben, wo kommen denn die ganzen Tunnel her? Werden die gebaut? Die ganzen Bunkeranlagen, das ist Wahnsinn. Die müssen weit, weit vor dem Krieg gebaut worden sein und so ist es dann auch. Ist ja klar. Und dass sie auch nicht alles nur Luftschutzbunker waren oder was auch immer, das war erst im Zweiten Weltkrieg. Also ist auch nicht wichtig, nur diese Information kommt dann auch so zu dir und du wirst einfach darüber lachen, weil das viel logischer klingt wie das alles, was wir hier gelernt haben. Das wäre ja kompliziert. Ja, wir haben ja so viele Fragen gehabt immer in Bezug auf die Vergangenheit, aber genau diese Antworten, die bekommst du dann, wenn du dich weiterentwickelst. Ja, wie sind wir sonst auf Elisabeth gekommen? Wie sind wir auf... Wie konnten wir sonst diese ganzen Videos machen? Das kommt doch nicht durch Nachdenken und oder ich habe jetzt einen Begriff im Kopf. Oh, dann denke ich drüber nach und dann recherchiere ich und dann denke ich wieder und recherchiere. Nein, so läuft das nicht. Aber wir dürfen dazu sagen, wenn in den Videos nicht alles stimmig ist oder nicht alles stimmt, mach das gar nichts. Das war nur derzeit so. Sondern du wirst genau das für dich rausfiltern, was für dich gerade resoniert. Und daran kannst du es ja erkennen, wie viel schon bei dir resoniert. Ja, also unser Video damals über den Mutterbaum ruft uns jetzt alle, also unser Video. Das hat auch viele, viele geflasht. Ja, weil sie es fühlen konnten. Weil da ging es ja um den Urstamm. Sollten sich ja auch einige mal fragen, wieso dieses Wort Stamm in so vielen Wörtern dabei ist. So, und wie es wirklich war, zeigt eigentlich auch die Jesusgeschichte. Ja, die Gottesgeschichte. Weil Gott hat sich erhoben über alle. Aber Gott ist auch nur aus einer Mutter entsprungen. Aber dann, kommt mit dem Impuls, dann stimmt ja auch diese Geschichte nicht, weil es steht ja in der Bibel, Gott hat sich vermenschlicht. Also ist als Mensch auf die Erde gekommen. Aber da steht ja Gottes Sohn. Ich denke, Gott selbst war es. Ja, wer war es denn jetzt? Ja, das ist ja diese Verwirrung. Ah. Ja, ja. Nein, es geht um die Mutter. Es geht immer um die Mutter. Und aus einer Mutter kommt nur mal ein Kind. Ist ja klar. Und es ist nur mal aus Fleisch und Blut. Es ist ja nicht feinstofflos. So, wer war zuerst da? Was war denn in der Renaissance? Ich habe jetzt einfach mal ein paar Impulse hier freigelassen, ja? Und jeder darf jetzt mal selbst sich beobachten, ob er Impulse dazu bekommt. Und wenn ja, bitte schaut, nachschauen. Dann gibt es einen Grund. Dann sollt ihr das Handy oder was auch immer in die Hand nehmen und sollt mal schauen. Weil ihr sollt auch Impulse weitergeben. Das ist ganz wichtig. Und ich sage es auch noch mal. Ich habe es oft gesagt, aber es wird oft überhört. Da, wo ihr jetzt wohnt, genau dort und nirgendwo anders, seid ihr genau richtig. Auch wenn ihr euch vielleicht unwohl fühlt. Wenn das so ist, musst du herausfinden, warum und dann würdest du woanders hingehen. Genau. Es heißt aber jetzt nicht, dass ihr die ganze Geschichte dieser Stadt aufrollen sollt. Das wäre auch wieder Kopf. Das ist kein Impuls folgen. Geh spazieren und beobachte. Genau. Du wirst, wenn du einfach mit offeneren Herzen entlang wandelst, wirst du automatisch Impulse bekommen und die nimmst du einfach wahr und schaust. Und es wird dir immer mehr auffallen. Den Weg bist du schon hundertmal gelaufen. Wenn du aber beobachtest und nicht nachdenkst über irgendwas, einfach nur schauen, was sehe ich alles. Wird dir so viel auffallen und wird dir auch bewusst, so vieles bewusst werden von ganz alleine. Und das kannst du in keinem Video lernen. Das kannst du nur hier draußen. Fallen dir auf einmal Häuser auf, die du nie gesehen hast. Oder Verzierung oder eine Jahressaal oder ein schönes Bild da oder was auch immer. Es stehen Häuser, die vorher nie da gestanden haben. Also so ungefähr. Sichtbar jedenfalls nicht. Und auch dein Auto spricht mit dir übrigens. Da macht es bestimmt bei vielen jetzt Glück. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Warum geben denn viele Frauen ihrem Auto Namen? Ja, warum denn? Weil sie es lieben. Sie stecken dadurch ihre Liebe da rein. Ja, das Auto spiegelt dich genauso wie ein Tier oder ein Kind. Alles. Wenn du Angst hast, dass dein Auto kaputt geht, ja, dann zeigt es dir, dass es das halt auch tut, weil es hört auf dich. Oder du vernachlässigst es, dann geht es auch kaputt. Genau. Ganz genau. Alles eigene Erfahrung. Ja, alles selbst erlebt und deswegen weiß ich, dass es klar so ist. Muss ja so sein. Ist ja ganz einfach. Lernen durch Tun. Learning by doing. Learning by doing, ja. Oh ja, ist so. Ja. Es ist eigentlich total einfach. Aber der Kopf macht alles kompliziert. Und so sieht dann auch das Leben der Menschen aus. Klar. Weil es spiegelt sie ja. Sie müssen nur loslassen lernen. Das heißt, Vergangenes abarbeiten. Das ist damit gemeint. Ihr müsst keine alten Geschichten, was weiß ich was, was Schlimmes passiert ist im Leben abarbeiten. Ihr müsst euch einfach nur erkennen. Und dann erkennt ihr automatisch, dass das, was ihr da erlebt habt, gerade ganz wichtig war für euch, für euren Entwicklungsprozess. Sonst wärt ihr doch jetzt in dem Moment nicht an dieser Stelle, wo ihr seid. Das ist wichtig. Und der Kopf will da immer, was weiß ich was, sich zusammenbrauen oder reimen. Einfach ignorieren. Ignorieren. Ganz einfach. Es ist eigentlich ganz einfach. Der Kopf, der sieht es nicht einfach. Der will, dass du in diesen niedrigen Schwingungen bleibst und daraus erschaffst. Beispiel im Außen, wenn da jemand ist, der dich die ganze Zeit beleidigt oder schlecht mit dir redet, gehst du da auch weg. Da gehst du da weg. Gehst du raus aus dem Gespräch. Aber wenn du irgendwann so weit bist wie ich, dann sagst du, es ist egal, was du sagst. Ich liebe dich. Komm, ich nehme dich in den Arm. Weil es triggert dich nicht mehr. Ja, und dann wird automatisch das Herz aktiviert dadurch, wenn ich sowas tue. Und dann ist ja kein böser Mensch mehr. Wie bei Miraculous, Ladybug. Sie fängt auch das Ego der Menschen ein und dann sind die Menschen wieder lieb. Sie tut durch ihre Liebe das Ego umwandeln. Und dann sind die Menschen frei. Nichts anderes tun wir hier auch. Es spielt nicht umsonst in Paris, der Stadt der Liebe. Der angeblichen Stadt der Liebe. Der angeblichen Stadt der Liebe. Sag ich immer noch. Wir haben jetzt zum Abschluss noch ein super aktuelles Beispiel. Brina hat so seit zwei, drei Tagen so ein Gefühl, als würde dir irgendwas manchmal den Hals zuschnüren. Ja. Und dann war ich jetzt kurz mit dem Hund draußen und dann kam ich und hast du mit der Sprachnachricht angefangen oder dem Gesprochenen und hast mir eben in der Pause gesagt, wir haben kurz Pause gedrückt, du musstest das jetzt machen, das wieder mal was aussprechen, weil sonst lässt du es ja in dir. Und genau das hast du hier getan. Und weil du fühlst, dass uns dich ja ganz viele hassen oder uns, weil wir gegen bestimmte Normregeln sprechen und dafür wirst du oder wir werden dafür gehasst. Und deswegen möchten wir denen hier, denen hier, die voll gegen uns sind, in voller Liebe zurückhauen und sagen, wir lieben euch, so wie ihr seid. Aber erkennen müsst ihr euch selbst. Ganz genau. Jetzt nochmal deine zarte, süße Stimme. Egal, was für ein Mensch du bist, ob du groß, klein, ob du dich liebst oder nicht liebst. Und gerade besonders die Menschen, die sich nicht lieben, die liebe ich noch umso mehr. Und die liebe ich so sehr, das kann man in Worte nicht beschreiben. Deswegen, egal wie, was das Ego uns an den Hals wünscht oder mir die Kehle zuschnüren möchte, ich liebe alles an dir, an euch, egal was. Und es ist Zeit, dass ihr das mal auch tut. Wenn doch viele vom All-Eins reden, wir sind All-Eins, dann solltet ihr auch mal so leben. Und nicht nur labern. Labern tun genug. Die Taten sprechen für sich. Die Taten sprechen immer für sich. Man erkennt alles. Also, willst du nicht auch so leben? Willst du nicht auch diese Impulse endlich aus hier raus täglich leben? Frei sein. Frei sein. Und alles andere kommt von ganz alleine. Musst du gar nicht machen. Musst du gar nicht suchen. Es kommt. Jo. Und damit, würde ich sagen, war dieser Impuls doch ein bisschen länger. Das waren einige. Und als Übung hörst du dir noch mal in zwei Wochen an und wirst es ganz anders hören. Daran erkennst du deine Entwicklung. Klopf dir jedes Mal auf die Schulter, wie weit du schon bist. Ja. Wie weit du schon bist. Nicht das, was da noch kommt oder was noch an dir hängt, sondern wie weit du schon bist dadurch. Und lerne, alles zu lieben. Wichtigster Satz. Im Moment. Ja. Am wichtigsten ist dich, lerne dich selbst zu lieben. Dann liebst du automatisch alles. That is the key to your heart. Ja. Der Schlüssel. Liebe ist der Schlüssel. Also, wie gesagt, nochmal eine Wiederholung macht es ja. Ich liebe jeden Einzelnen von euch. Und auch die, die das nicht hören. Also alle. Alle und alles. Liebe ist unangreifbar. Also gibt es auch nur Liebe von uns. Alles andere können die Hand dann machen. Genau. In diesem Sinne. Liebt euch. Mua. Mua. So tired of waiting, I walked an empty land. I was looking for something to help me understand. But bad love kept turning my dreams into sand. I didn't want pity I had my share of friend I wanted somebody More special than the rest I was aching inside Like I was a fruit in the end Just about that moment The timing was so right You appeared like a vision Sent down to my life I thought I was dreaming When I saw you that night That's when love walked in Through my door That familiar feeling I had once before Love walked in Through my door And it felt so strange It's hard to remember Being on my own Cause I kind of love it Make your heart Man lose control But I sleep so much better Now I'm not alone So promise me baby You're always gonna stay I don't think I could take it Seeing you walk away You don't need to doubt it I remember that day That's when love walked in Through my door I found just what I wanted But I got so much more Love walked in Through my door And it felt so strange Like a long lost friend That had a chance Give me hope again You're walking You're walking That had a chance I'm not alone Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017